Willst auch du Gitarre spielen? Dann aufgepasst! Jetzt gibt es Guitar Basic, die zweite Lern-DVD mit Klaus Göttler. Für alle, die ihre ersten Schritte im Gitarre spielen wagen möchten. Lerne, was du zum Gitarre spielen brauchst und wie du deine Gitarre richtig stimmst. In einfachen Schritten erklärt dir Klaus Göttler, wie du Akkorde greifst und Schlagtechniken rhythmisch anwendest. Die DVD ist in zahlreiche Lerneinheiten und Kapitel gegliedert. So findest du immer etwas für deinen aktuellen Kenntnisstand. Und am Ende bist du in der Lage, einfache Liedbegleitungen selbst zu spielen. Feiert Jesus Guitar Basic – der einfachste Weg zum perfekten Gitarrenspiel. Die DVD – jetzt erhältlich in deiner Alphabuchhandlung. painting Hallektof Klaus Göttler